Ich bin Isabella, ich komme aus München und mache auch gerade das Bootcamp in München und zwar im Batch 593. Das selber Programmieren lernen ist mühsam und was halt in so einem Bootcamp der ausschlaggebende Unterschied ist, du hast halt eine Gruppe, jeder kennt die gleichen Struggles, jeder freut sich über die gleichen Achievements sozusagen und es ist geleitet, macht halt einfach wirklich Spaß. So nerdig es ist, aber das Programmieren lernen mit Leuten macht echt, also es ist ganz cool. Also ich feiere die Strategie, so viel fragen wie es geht, also desto mehr man selber halt reinsteckt, desto mehr kommt raus und das ist glaube ich wie überall, aber ja einfach wirklich aktiv sein, fragen, fragen, fragen und genießen.